Ich gehe jetzt mit der Karte... Ey Ben! Geh doch mal ran, wenn wir dich anrufen! Ja, gehe ich jetzt mit der Karte einrufen. Vor... ja. Ha, wenn er weg ist, kann ich wieder Musik machen. Oh, Maxi King! Maxi King! Will dir da Maxi King? Ich hab schon Bock auf den Maxi King. Nee, lass mal, danke. Also, ich hab zwei Arten von sich, die auch gut. Hier haben wir nochmal die extra Penetration-Ammunition. Moomin G in Everyday. Sehr viel Platz. Kannst du eine depressive Musik unterlegen? Man muss schon ein bestimmter Typ Mensch sein, um animieren zu können. Ja, ich bin verstört. Nur coole Menschen. Du musst davon ein bisschen verstören. Na ja, ne Heat Gun. Aufreißen. Tietisch. So, Jonas. Was bringt uns das jetzt weiter? Ich will eine Tic Tac Gun. Die Tic Tacs, kommen die denn da rein oder? Hier. Da. Das ist so hoch drin. Und dann fallen die da rein. Und du musst halt immer nach hinten ziehen, damit die runterfallen und dann schießen sie raus. Die erste Person, die ich damit abschießen werde, wird Janis sein. Du könntest ja mal eine kleine Feder rausnehmen. Junge. Das wird eine kräftige Tic Tac Pistole. Und die hat auch die richtige Länge, ja? Die müssen wir gar nicht. Da müssen wir gar nicht sch... Ich würde sagen, die ist es. Das wird ne... Das wird halt... Ne Tic Tac Shotgun. Short Distance. Also machen wir unsere Long Distance. Short Distance? Nee. Long Distance? Ja. Also, ich will jetzt keinen Streit anfangen. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum du dir die Capri-Sonne verdient hast. Also... Alles klar. Also, ich hätte schon auch Lust auf die Capri-Sonne, wollte ich da äußern. Wer weiß? Ja. Wir wollen wirklich. Ihr wisst, wie es spielt. Das geht schon. Pssst. Das geht irgendwo. Ah, John. Fertig. Scheiße, Scheiße. Halt die Schnauze. Feuer! Gewonnen, gewonnen! Ich glaube, er will die Capri-Sonne gar nicht. Ja, deswegen will ich sie. Ey, 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 ey! Aber wollen wir jetzt ne Drohne fliegen? Ja. Jetzt muss er erstmal ne Update machen. Ich hasse es. Wieso kann ich diesen Active Track Modus nicht tiefer fliegen? Oh mein Gott, was ein cooler Shot! Oh mein Gott! Bauen! Bauen! Nein! Nein! Oh Gott! Ist er beschwissen? Nein! Ist sie nicht? Weil ich ein Profi-Pilot bin! Ich komme ins Guinness Buch, der besten Pilot. Ey, du sollst doch nicht im Bus ins Gras fliegen, Mann! 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 Er hat mitbekommen, dass Legos da raus ist, jetzt schon raus ist. Ich kann jetzt wieder nach Hause gehen. Mann! Mann!